Herzlich willkommen. Wir beide möchten Ihnen heute gemeinsam den Masterstudiengang Historische Wissenschaften vorstellen. Mein Name ist Britta Kegler. Ich bin Professorin für bayerische Landesgeschichte und europäische Regionalgeschichte hier an der Universität Passau. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Mein Name ist Christian Handschuh. Ich bin Professor für Kirchengeschichte und christliche Identitäten und bin hier als ein bisschen ein bereicherndes Element mit dabei. Und zwar, das ist eines der Kennzeichen dieses Studiengangs, nämlich dass er wirklich sehr interdisziplinär aufgestellt ist, sodass auch andere Fachwissenschaften hier sehr gut mit untergebracht sind. Dann würde ich vorschlagen, gehen wir doch einfach direkt über zur Vorstellung des Studienplans. Wir haben ein ziemlich attraktives Modulsystem für Sie zusammengestellt, wo Sie auch sehr viele Freiheiten haben. Die Module sind in drei Großbereiche eingeteilt, die mit den Buchstaben A, B und C chronologisch den Studienverlauf beschreiben. Und ich würde jetzt mit dem Modulbereich A zum Bereich Grundwissenschaften und Theorien und Methoden beginnen und anschließend dann an meinen Kollegen Christian Handschuh weitergeben. Es ist vorgesehen, dass Sie diesen Modulbereich A in den ersten zwei Semestern belegen und sich dort zwei oder vielleicht sogar drei Module im Workload von 15 ECTS-Punkten eigenständig auswählen. Das heißt, Sie haben hier in unserem Masterstudiengang historische Wissenschaften viele Wahlmöglichkeiten. Und im Grundwissenschaftsmodul ist eigentlich vorgesehen, dass Sie sich entweder noch einmal vertiefend mit historischen Hilfswissenschaften, mit geschichtswissenschaftlichen Theorien und Methoden auseinandersetzen, vielleicht sogar in den Bereich Geschichte der Geschichtswissenschaften auf eine bestimmte Metaebene eingehen und immer aufbauend auf den Erkenntnissen aus einem meistens geschichtswissenschaftlichen Bachelorstudiengang auch überlegen, ob Sie noch einmal vertieft in Quellenkunde, Paläografien, Transkriptionen, Quelleninterpretation, aber auch vielleicht in die Bereiche Digital Humanities, Public History oder Bildwissenschaften, Kunstgeschichte eingehen. Sie sehen daran schon und eben daran, dass leibhaftig der Kirchenhistoriker neben mir sitzt, dass wir einen sehr interdisziplinären Masterstudiengang anbieten, in dem sich Geschichte der einzelnen Teildisziplinen, alte Geschichte, Mittelalter, neuere, neueste, auch mit den sogenannten Sach- und Regionaldisziplinen, also der osteuropäischen Geschichte oder in meinem Fall der vergleichenden Landesgeschichte, also bayerische Geschichte oder auch anderen europäischen Regionalgeschichten verbindet. Im zweiten Teil dieses Studiengangs haben wir dann bewusst und absichtlich Ihnen die Möglichkeit eröffnet, möglichst viel eigene Schwerpunkte zu setzen und sich mit den Sachen und Themen zu beschäftigen und auch den Fächern zu beschäftigen, die für Sie im Lauf dieses Studiums wichtig werden. Ihnen stehen da 60 ECTS zur Verfügung und unser erklärtes Ziel ist es, dass Sie möglichst viele Möglichkeiten haben, sich hier auch selber auszuleben und zwar bis in den Bereich der Forschung hinein. Also es ist wirklich ein erklärtes Ziel, dass dieser Studiengang Sie befähigen soll, dass Sie am Ende selbstständig sich Themen erschließen können, Quellenbestände erarbeiten können und einfach gucken können, was ist der Schwerpunkt, der für Sie dran ist und der Ihnen Spaß macht. Gleichzeitig ist das sehr gut organisiert hier in Passau, zumindest nach meiner Erfahrung im Vergleich mit anderen Standorten, weil wir halt im Rahmen dieses Masters wirklich sehr schön kleine Lerngruppen haben. Also gerade bei mir in der Kirchengeschichte sind teilweise gerade mal drei bis sieben Studierende in den Seminaren und da macht es natürlich auch richtig Spaß, miteinander zu arbeiten. Und gleichzeitig sehen Sie eigentlich an dieser kleinen Gruppe, die Herr Hanschow jetzt hier skizziert hat, Das sind im Grunde genommen Arbeitsbedingungen wie an den Top-Universitäten in Großbritannien oder in den USA. Sie haben einen Professor und eine Handvoll fortgeschrittene Studierende eben im Masterstudiengang. Häufig sind in den Lehrveranstaltungen außerhalb des Kolloquiums, des Oberseminars dann auch noch fortgeschrittene Studierende anderer Studiengänge, zum Beispiel vertieftes Lehramt oder auch aus dem Bereich Master Staatswissenschaften mit dabei. Aber sie können in diesen kleinen Gruppen konkrete Forschungsfragen miteinander diskutieren. Sie können methodische Zugriffe ausloten und sich einfach auf einem hohen Niveau ausprobieren. Es ist ein forschungsstarker Master, den wir hier in Passau anbieten. Ja und gleichzeitig haben wir jetzt im Rahmen dieses gemeinsamen Masters mit Studierenden festgestellt, dass es uns eben als Lehrende auch sehr viel Spaß macht, da gemeinsam und kooperativ zu arbeiten. Das heißt, es kann Ihnen dann durchaus passieren, dass Sie eben auch mal zwei Professoren mit sieben Studierenden vor sich sitzen haben. Und das hat dann manchmal auch richtig hohen Unterhaltungswert und bringt uns eben auch voran. Das ist auch eine der Grunderfahrungen in diesem Master, finde ich. Das Ganze, also dieses zweite Modul, dieser Modulbereich B, soll Sie dann eben befähigen, am Ende möglichst selbstständig, möglichst in einem Forschungssektor eine Masterarbeit zu schreiben, zu erarbeiten, selber auch zu projektieren und durchzuführen. Und gleichzeitig möchten wir aber, und das wäre dann der Modulbereich C, eben auch eine spätere Employability, eine Möglichkeit, sich bereits mit den Schwerpunktfeldern zu beschäftigen, in denen Sie dann arbeiten können, nicht außer Acht lassen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, ein zweieinmonatiges oder ein zweimonatiges Praktikum zu absolvieren. Und in diesem Modulbereich C betreuen wir bereits vorbereitend Ihre Forschungsprojekte, die dann möglicherweise in der Masterarbeit hinterher erfolgen sollen. Vielleicht möchte ich noch dazu geben, dass der Bereich, wo Sie bis zu 60 ECTS-Punkte an Leistung erbringen, ganz in Ihrem eigenen Interesse belegt werden kann. Das heißt, Sie können die Entscheidung fällen, in osteuropäischer oder in neuerer Geschichte 60 volle ECTS-Punkte zu erbringen und entsprechend viele Hauptseminare oder andere Lehrveranstaltungen zu belegen. Sie können allerdings diesen Workload aufteilen. Sie können auch sagen, ich studiere breit. Ich möchte sowohl in der antiken als auch in der mittelalterlichen und in der landesgeschichtlichen Geschichte mit einem Schwerpunktseminar im Bereich der Digital Humanities breit aufgefächert sein. Wenn Sie sich entscheiden, einen klaren Schwerpunkt auszuweisen, dann kann das nachher auch in Ihrem Masterzeugnis entsprechend ausgewiesen werden. Das heißt, wenn Sie von vornherein gewisse Berufsfelder in den Blick nehmen und sagen, ich möchte mich eigentlich für den Bereich Museumsarbeit, Ausstellungswesen vorbereiten, dann ist es sicherlich von Vorteil, wenn Sie sagen, das soll im Bereich kunstgeschichtlicher, bildwissenschaftlicher Forschungsmuseen sein, dass Sie dann sagen, da mache ich auch einen entsprechenden Schwerpunkt im Masterstudium und können den dann in Ihrem Zeugnis auch bei potenziellen Arbeitgebern oder Volontariatsstellen vorlegen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz entscheidender Pluspunkt bei diesem Master. Und nach meiner Erfahrung so aus den letzten drei bis vier Jahren funktioniert das auch ziemlich gut. Also ich finde es toll, dass beispielsweise jetzt hier in der Umgebung einige Absolventen, Absolventinnen aus diesem Studiengang Archive übernommen haben, die sich also frühzeitig für diesen Archivbereich qualifiziert haben und interessiert haben. Und das gibt natürlich jetzt hier in der Umgebung von Passau auch einfach für uns ein sehr schönes Netzwerk, wo dann man miteinander im Gespräch ist, wo man auch wieder Möglichkeiten hat, Praktikumsstellen hinzuverweisen. Das ist schon ein sehr gutes Netzwerk, was da so nach und nach jetzt auch entsteht. Gleichzeitig gibt es natürlich jenseits der Archive auch andere Möglichkeiten. Also klassisch ist natürlich die Bibliotheksausbildung, die man machen kann. Frau Kegler hatte schon die Denkmalpflege und die Museen erwähnt. Und dann gibt es für Historiker natürlich immer auch die Möglichkeit, im Bildungssektor unterzukommen. Gerade Erwachsenenbildung ist was, wo man gerne Historiker mit diesem hochqualifizierten Abschluss nimmt. Oder auch in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit bei Verlagen, bei Werbeagenturen oder im Ausstellungsmarketing. Und Sie sehen hier auf unserer Folie dann eben auch noch Bereiche wie Unternehmensberatungen, Personalwesen und den vielleicht etwas langweilig wirkenden oder abseitig vorkommenden Bereich Politik und Verwaltung. Dahinter verbirgt sich, dass man auch im Bereich von Redenschreibereferaten, Öffentlichkeitsarbeit, im Bereich von Verwaltung, von Ministerien sehr gerne Historiker oder zumindest historisch ausgebildete Geisteswissenschaftler mit so einem breiten Master anstellt, weil erfahrungsgemäß in diesen Berufsfeldern das rasche, versierte Recherchieren und Einarbeiten in neue Themenfelder erwartet wird. Und das lernen Sie eben von der Pike auf in einem Masterstudiengang Historische Wissenschaften. Und gleichzeitig sehen Sie dann natürlich, dass wir als letzten Punkt auch aufgeschrieben haben, wissenschaftliche Laufbahn. Sie werden mit einem Masterabschluss vorbereitet auf eine Promotion im Bereich Geschichte oder anderer geisteswissenschaftlicher Fächer. Häufig ergibt sich letztlich auch organisch im Verlaufe eines Masterstudiums eine Nähe zu einzelnen Fächern oder Dozenten, die dann vielleicht in eine Betreuung einer Promotion mündet. Insofern wäre das also auch eine Möglichkeit, mit der Sie sich zusätzliche Qualifikationen für Leitungsfunktionen im Bereich von Museen, Archiven, Bibliotheken oder eben dem weiteren Weg in der Wissenschaft, Akademien, Forschungsinstituten oder den klassischen Universitäten erschließen können. Mir ist immer wichtig zu sagen, dass Sie sich mit der Entscheidung für eine Promotion noch nicht festlegen oder verengen, sondern eine Promotion Sie grundsätzlich für eine Vielzahl von Berufsfeldern qualifiziert und Ihnen wirklich Türen öffnet. Damit haben Sie also die Möglichkeiten, nach der Promotion noch in außeruniversitäre Berufsfelder zu gehen oder anschließend wirklich die Entscheidung zu treffen, möchte ich vielleicht weiter an den Universitäten forschen, arbeiten und eine zweite Qualifikationsarbeit anschließen. Bis dahin fließt aber ganz sicher noch einiges an Wasser den Innen runter. Die Donau. Genau, hier in Passau haben wir einfach die Auswahl. Insgesamt würden wir uns freuen, wenn Sie sich für einen Master hier in Passau entscheiden würden. Wir freuen uns darauf, Sie dann auch in unseren Lehrveranstaltungen begrüßen zu können. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und vielleicht bis bald in Passau. Herzlichen Dank für Sie! Untertitelung des ZDF, 2020